Sie sitzen vor der Steuererklärung und suchen nach Möglichkeiten mehr Einkommensabzüge geltend zu machen? Mit Einzahlungen in die zweite und dritte Säule, die berufliche und private Vorsorge, können Sie die Steuerbelastung geringer halten. Damit sparen Sie nicht nur Steuern, sondern sorgen gleichzeitig für das Alter vor. Einzahlungen in der Säule 3a können Sie in der Steuererklärung vollumfänglich vom Einkommen abziehen. Je nach Kanton, Einkommen und Höhe des eingezahlten Betrags reduziert sich so die Steuerrechnung um bis zu 2000 Franken. Mit der Säule 3a bauen Sie kontinuierlich ein Vermögen für das Alter auf, das bei der Auszahlung zu einem tieferen Satz besteuert wird. Eine Einzahlung in die Säule 3a lohnt sich also gleich mehrfach. Einkäufe in die Pensionskasse, die zweite Säule, können Sie tätigen, wenn auf Ihrem Pensionskassenausweis das maximal mögliche Altersguthaben noch nicht erreicht wurde. Diese Einkaufssumme darf in der Steuererklärung ebenfalls komplett vom Einkommen abgezogen werden. Sinnvoll ist dies vor allem, wenn Sie bereits den Maximalbetrag in die Säule 3a eingezahlt haben. Bei beiden Steuererleichterungen gibt es jedoch auch ein paar Punkte zu beachten. Zum Beispiel die Frist für die Einzahlung des 3a Betrags. Und Sie können beide Guthaben mit wenigen Ausnahmen nicht vor der Pension beziehen. Für detaillierte Informationen oder konkrete Hilfe zu Ihren persönlichen Steuersparmöglichkeiten vereinbaren Sie noch heute einen Termin und lassen Sie sich beraten. Unsere Experten gehen gerne auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.